Okay, das ist verlassen hier. Was ist das für ein Symbol? Oder das sind die... Ja, das sind die fünf Völker. Das sind die fünf Völker. Aber die Karte ist zerteilt. Vielleicht können wir was lesen. Explosiver Stolperdraht-Idee. Ach was. Krass. Also könnte ich mir alles machen. Eine heimtückische Vorrichtung, die explodiert, wenn man darauf tritt. Krass. Wunderkerzenfalle-Idee. Eine Vorrichtung, die bei Aktivierung Kreaturen Angst einjagt. Wenn die Falle ausgelöst wird, geraten Kreaturen in Panik und lassen ihre Sachen fallen. Alter. Ist das krass. Und wo kann ich mir das herstellen? Ah, ich brauche nur Starrseil. Ich habe alles dafür. Also. Oh, Entschuldigung. Fast hackt mir schon die Stimme. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber das ist wahrscheinlich nur bei den Völkern sinnvoll. Also bei den wirklichen Tieren sozusagen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die haben doch keine Sachen dabei. Die lassen doch dann nicht irgendwie ein Bein fallen oder ein Schenkel. Komme ich da hin? Einfach so. Okay. Na gut. Weit bin ich noch nicht gekommen. Aber trotzdem. Ich habe schon wieder einiges erfahren. Boah, das ist jetzt hier so ein Wüstenbiom. Das ist eine andere Kreatur und mit denen bin ich nicht befreundet. Oder noch nicht mal neutral. Dafür ist das wieder gerespawned. Also Landschaft ist schon auch cool designt. Und ich meine jetzt nicht grafisch, sondern eben das Level-Design. Sandstein. Könnte ich mal irgendwas aus Sandstein machen? Weichglas. Und das brauche ich ja wieder dafür. Also wäre Sandstein vielleicht sogar ganz gut, wenn ich den einsammle. Ach, schon wieder Exhausted. Nuktus. Neue Nahrung. Süße, harte und nahehafte Nahrung, die auf robusten Grünpflanzen in den Trockengebieten von Albarmar wächst. Ach, das wächst da oben drauf. Oh. Okay, da sind wieder die Fluffis. Trockenbucht. Vogelpfeffer, okay. Ah, ja. Aber sich das dann alles auswendig zu merken, welches Volk was mag, das könnte interessant werden. Aber man wird hier am Strand auch fast nie angegriffen. Neue Nahrung. Energiespenden der essbare Samen eines Grases, das wild in den Dünengebieten wächst. Na, dann her damit. Und Trockenton ist auch gut. Ach, da sind wieder die. Hallo? Hast du mich an? Nö. Hm. Die sind doch beim letzten Mal vor mir davon gelaufen. Doch, jetzt rennen sie wieder rum. Watschelzahnspeck. Was macht man damit? Geleeartige Substanz. Okay, ich habe keine Ahnung, was... was man damit machen kann. Aber ich nehme es mal mit. Bis das Inventar platzt. Ich sehe doch Glühwärmchen. Mal gucken. Ich kann mir nämlich wieder einen Schlüssel machen. Oh, eine Glattperle. Alter, der Turm. Die Sonne brennt drunter hier. Er ist echt groß. Aber was... was wohnt hier für eine Spezies? Welches Volk wohnt hier? Gucken, dass hier nicht einer ums Eck läuft. Turmfestung. Ja. Sind das Hirschwesen, oder wie? Das da sind vielleicht die Vögel mit dem Ei. Was das für welche sind, weiß ich noch nicht. Okay, was brauchen die denn? Dünne Eisen, Marholz, Brotweizen mögen die. Okay. Ähm. Aber es bringt fast nichts. Dünne Eisen habe ich nicht. Aber ich habe Tingblumen. Hatte ich doch, oder? Hier. Das bringt viel. Oh, ja. So, ich gucke mal, ob das schon reicht. Nein. Da muss die eine Tingblume auch noch dran glauben. Aber jetzt müsste es neutral sein. Naja, mein Plan mit dem Crocker zu handeln, der verabschiedet sich, glaube ich, gerade. So, eigentlich dürftet ihr mich jetzt nicht angreifen. Ähm. Äh. Äh, das sind tatsächlich die, die Elche. Äh. Die Elche. Brauche Mörderung. Nahrung. Redet ihr alle so? Wenn unser Anführer stirbt, wählen wir in einer öffentlichen Abstimmung eine neuen. Na, wenn das mal nicht fortschrittlich ist. Okay. Ich kann mit dem hier reden. Ich glaube es ja nicht. Du hast ja Nerven. Hier einfach so angetanzt zu kommen. Wo bist du hergekommen und was meinst du hier verloren zu haben? Ich heiße Ju und ich ha... Weißt du was? Deine kleine Vorgeschichte interessiert mich eigentlich gar nicht. Du kannst uns noch so viele mickrige Spenden geben. Aber die Tatsache, dass du ein Mensch bist, die kannst du damit nicht ändern. Wenn du dich mit mir unterhalten möchtest, musst du schon etwas Besseres anbieten. Der möchte... Diese Fechselbomben sind so laut wie... Okay, der sagt das auch. Die Fechsel... So, wir brauchen für den ein... Okay, den... Okay, denen fehlt Nahrung. Heißt das der rote Balken, die haben Nahrung oder denen fehlt Nahrung? Geht das von rechts nach links? Ich habe das immer falsch gelesen, oder? Was tut es? Naja, die sind mit den Korka verfeindet. Ich brauche... Ich brauche das hier. Ich kann mir... Das herstellen. Ein Glas. Ich habe... Ich bräuchte noch einen Schnapperoberschenkel. Ich habe keine Ahnung, wo man Kariblin-Essenz herbekommt. Wahrscheinlich bin ich dann auch einfach noch zu früh für diese Sachen. Ich finde eins der Kruft da. Okay, aber das habe ich jetzt gemacht. Weil... Ja. Das ist die Kruft. Also irgendwo in dieser Festung dann. Da darf ich halt nicht rein ohne den Segen des Häuptlängs. Okay, aber gibt es jetzt irgendwie noch ein... Ne, ich brauche einen Muskelbräu. Boah, gar nicht so einfach, weil ich null Ahnung habe, wie ich das herstellen kann. Guck mal hier. Ringsrum. Vielleicht finde ich ja hier hinten noch irgendwas. Schlüsselgrafit oder so. Vielleicht gibt es in so einer Kiste Muskelbräu. Ich hatte aber definitiv keins gefunden. Ich hatte eben nur den... die Idee dazu. Das ist schön hier, aber das ist wahrscheinlich einfach nur so ein Schlafplatz. Ah, okay. Noch nicht sehr weit gekommen. Ja, du tust mir nichts, du auch nicht. Okay, und das da? Hm. Das ist dann wieder wieder ein anderes Volk. Oh, finde ich ein Muskelbräu. Oder Kariblin-Essenz. Null Ahnung. Ob ich das herbekommen könnte. Okay, das hier ist doch... Okay, hier könnte ich aber was machen. Okay. Das hat mir jetzt noch nicht so viel gebracht. Okay, ich glaube ich muss sprinten. Okay. Aber da komme ich doch nicht hin. Ah, okay. Äh, das... Okay, das muss ich abpassen. Ich brauche aber erst was zu futtern, weil ich glaube ich kann dann nicht mehr sprinten, oder? Na komm. Ah, ich muss anders losrennen. Ja, ja. Hat sich das jetzt hier wieder zurückgesetzt? Das heißt, das Ganze geht auch noch auf Zeit. Nein! Oh Mann, ey. das macht so einen Unterschied, wo man losrennt. Also in welche Richtung man guckt. Hm, verpasst. Alter. Okay, und da komme ich jetzt nicht rein. was bringt mir das denn jetzt? Oder kann ich das aufschlagen? Nope. Also da ist auf jeden Fall irgendeine krasse Idee. Warum kann ich da unten mit dem Hebel das machen? Das verstehe ich auch nicht. Ist denn jetzt da die Tür offen? Nee, die ist doch immer noch zu. Ich sehe gar nicht, was sich da ändert. Achso, das macht das da einfach auf. Okay, da ändert sich gar nichts mehr. Wie macht man denn diese Tür auf? Da ist es mir auch noch zu hoch. Äh, jagt der Vogel die 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 wie hießen die Watschelzähne? Ist ja krass. So, und da ist aber da ist ein Volk mit dem ich noch nicht neutral bin. Mal, hier ist eine Spendenbox. Nee, aber mal Schlüsselerfolg. Wo soll ich? Ah. Neue Idee. Was? Was? Das hier? Äußergeher-Jacke. Die hat drei Sterne. Stofftuch, Grobknochen. Habe ich auch noch nie gefunden. Grobknochen. Keine Ahnung, wo man das findet. Und wie man an Kariblin-Essenz kommt. Ich habe keine Ahnung. Ist noch irgendwas was bei den Zieren. Inselgeschichten, Grofs Werkstatt. Okay. Ja, okay. Das ist aber halt unabhängig davon, da dass du ein Muskelbräu mitnehmen musst. Du kannst versuchen. Ja, ja. Das ist schon finde eins der Gruftdörfer. Aber ohne Muskelbräu nutzt mir das nichts. Hat das ein Händler? Hat ein Händler ein Muskelbräu? Könnte ich mir das einfach kaufen? Hier sind so viele Fackeln. Ich sollte ein bisschen vorsichtig sein. Oh, da ist eine Kugel. Die will ich natürlich. Und hier ist wieder dieses Teil hier. Mit den Runen und mit diesem Symbol. Ei, 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 ei. Also, ich bin noch ziemlich am strugglen hier. So, bei dem sollte ich aufpassen. Sind das alles? Ja, ja, das Alter. Oder könnte ich hin und mir die Reste holen? ist mich nicht gesehen. Ach, komm. Was bringt denn das, wenn ich mich im Gras verstecke? Irgendwie ja gar nichts. Irgendwie ja einfach mal gar nichts. Okay. Ich laufe irgendwie direkt in den ihr Territorium rein. Jetzt hätte ich da lieber mal raus. Oh, da ist auch noch eine. Na, hat sich doch gelohnt. Zufäll, zufälligerweise. Naja, aber die werden dann irgendwann immer schwerer zu finden sein. Naja, aber da streut da jetzt die ganze Zeit rum. Ich komm da fast nicht hin. Oder von der anderen Seite. Musik ist unheimlich. So, ist er noch da? den da nehme ich mit. Ach, die schlafen? Aber könnte ich den jetzt so angreifen? Na, wahrscheinlich wachen dann beide wieder auf. Äh, jetzt kommt der wieder. Da kämpft der jetzt gegen die tatsächlich. Alter, der macht die aber auch echt platt. Puch, hat mich nicht gesehen. Oh, ein Grobknochen ist gut. Siehst mich nicht. ist da, hat er jetzt noch Akku auf mich oder nicht? Nee, hat sie wieder verloren, okay. So, und da ist jetzt noch einer und den könnte ich vielleicht angreifen, es sei denn, der Vogel kommt wieder. Mann, 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 was für ein Vogel. Doch bestimmt gleich wieder ums Eck. voll voll fies, die im Schlafen anzugreifen. Oh, die Combo war nice. Wechsel Essenz. Ah, 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 ah. Und er ist schnell. Okay. Mann, Mann, Mann. Ist das jetzt schon gedespawnt? Nee. Okay, aber da war auch nicht mehr, oder? Wer brauche ich da für ein Werkzeug? Nee, ist das jetzt weiß oder lila? Ich sehe das so schlecht. Okay, was ist denn Fechselessenz? Ich muss mal hier ein bisschen Land gewinnen. Ein seelenartiges Fragment eines Fechselorganismus. Das hört sich merkwürdig an. Okay, und sowas bräuchte ich eben von Kariblins. Aber was sind Kariblins? Mann, 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 Mann. Hier ist auch echt alles voll von denen. Jetzt sollte ich denen doch mal was spenden. mit dir Ruhe geben. Was wollen die denn? Vogelpfeffer. Das sind die. Okay, aber so viel habe ich nicht. Trockenton. Hm. Ah, nee. Noch nicht. Okay, da ist auch wieder ein Dorf. Da ist eine Kugel. So. 8 von 25. 200 kg. Jetzt bin ich über hoppäin. 200 kg. 20 kg. 29. 22.